Hallo zusammen und willkommen zurück. Oh, hoppla, das sollte natürlich noch nicht offen sein. Heute geht es natürlich wieder mal um diese wunderschöne IDE PyCharm und ja, arbeiten mit GitHub bzw. mit Branches und mit Git. Eigentlich ist es gar nicht so arg GitHub gerade, sondern mehr Git. Und was wir heute machen wollen, ist wir wollen mit Branches arbeiten. Das ist die Vorstufe zu Pull Requests, die ich euch dann auch noch zeigen möchte. Und ja, das ist ein großes Thema, weil viele Leute haben megamäßig Angst vor Branches, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und was ich gerade offen hatte, also das bisher solltet ihr schon geguckt haben, logischerweise, weil wir hier schon alles eingerichtet haben, Version Control System und so weiter und so fort. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir öffnen hier unten mal diese... ...gerade ein bisschen zu heftig zu sein. Ich habe hier ein paar Sachen machen müssen, ich muss ein Video mehrfach aufnehmen, weil ich fand es nicht gut und so. Deswegen nicht erschrecken, bei euch sollte hier wahrscheinlich nicht so viel stehen. Ihr solltet ungefähr hier gelandet sein, bei create-online-erstellte-datei.py und nicht den ganzen anderen Kram noch haben. So, was wir jetzt hier haben, ist, wir können mit diesen Branches arbeiten. Wir haben aber aktuell nur einen einzigen Branch, da unterscheidet sich im Endeffekt nichts. Okay, wir haben zwei Branches offiziell, aber sie unterscheiden sich nichts. Deswegen haben wir hier vorne einfach nur eine gerade Linie. Das wird sich jetzt gleich ändern. Hier sehen wir allerdings noch Origin und Master. Origin bedeutet erstmal, das ist... Also, Head, Origin und Master, das sind diese drei farbigen Dinger hier. Gelb steht für Head. Head bedeutet immer, wo ihr gerade drauf arbeitet, auf welchem Branch. Das ist immer sehr sinnvoll, wenn man sich gerade nicht sicher ist, hey, bearbeite ich eigentlich gerade meinen Master-Branch oder bearbeite ich gerade irgendeinen Patch-Branch oder sowas. Da muss man sich immer klar sein, was man da eigentlich gerade macht. Dann, Origin ist der Branch von Online, also quasi dieses Repository hier. Das ist der Origin-Master-Branch, der hier einfach nur als Origin dargestellt wird. Und Master ist einfach mein lokaler Master-Branch. Das heißt, der Branch, auf dem ich meine Hauptänderungen drauf habe, sozusagen. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns einen neuen Branch erstellen. Dann wollen wir uns auch noch angucken, wie diese Darstellung hier vorne sich geil ändert. Dazu gehen wir hier erstmal auf Version-Control-System und dann hier über Git. Und hier können wir Branches auswählen. Und die Dinger sind sozusagen, ja, im Endeffekt genau das. Wie gesagt, hier haben wir einmal den Master-Branch, den Origin-Master. Und den können wir dann auch später wieder auschecken. Machen wir aber gleich. Jetzt erstellen wir hier erstmal einen New-Branch. Und dem geben wir jetzt erstmal den Namen Main-Pi, ähm, Main-Pi-Patch. Ähm, weil wir da irgendwas an der Main-Pi patchen wollen. So, was wir hier auch noch gleichzeitig machen, ist, wir checken den aus. Das heißt, wenn wir jetzt auf was arbeiten, dann arbeiten wir ab sofort auf dem Main-Pi-Patch-Branch. Okay? Wenn wir den nicht auschecken, arbeiten wir einfach weiter auf dem Master-Branch. Und, äh, wir denken einfach, es hat sich quasi, ja, im Endeffekt hat sich nichts geändert. So, jetzt sehen wir hier vorne auch gleichzeitig noch, ähm, einen weiteren, ähm, ein weiteres grünes Ding. Na, komm, zeig's mir an. Ähm, das steht für den Main-Pi-Patch-Branch. Nein, eigentlich hat der Master zwei grüne. Äh, und der Main-Pi-Patch-Branch ist ohne irgendwas. Okay, die Darstellung ist vielleicht nicht die beste. Egal. Ähm, wir sind jetzt hier gerade auf dem Main-Pi-Patch-Branch. Und wenn ich jetzt irgendwas hier dran ändere, dann ändere ich das an dem Main-Pi-Patch-Branch. Das heißt, ich mach das jetzt hier einfach mal, indem ich hier ein Hello World die zweite reingebe. Und, ja, jetzt kann ich das Ganze natürlich committen. Das mach ich auch. Achtung, aktuell ist nur alles lokal. Das heißt, hier hat sich nichts geändert. Hier sehen wir übrigens auch noch wundervoll, was wir hier, ähm, verändert haben. Also, das ist jetzt tatsächlich die Änderung side-by-side. Das ist das alte, das ist das neue. Hier grün bedeutet hinzugefügt. Rot würde bedeuten gelöscht. Und, ähm, ja, das, äh, ist eine sehr komplexe Nachricht. Die möchte ich vielleicht ändern. Ähm, edit main-Pi. Ist da. Und, wir committen das Ganze nicht pushen, ähm, weil wir nur lokal gerade arbeiten wollen. So, und jetzt sehen wir den Unterschied. Hier unten sind immer noch Origin und Master, die beiden Hauptbranches sozusagen. Und der Main-Pi-Patch-Branch, der ist jetzt hier oben und ist ein bisschen weiter. Jetzt können wir uns hier auch noch die Unterschiede anzeigen lassen, zum Beispiel, ähm, wir können hier zum Beispiel Show-Diff machen. Das hat sich hier geändert in diesem Commit und so. Und, ja, eigentlich ziemlich cool. Aber es hat sich hier vorne immer noch nichts geändert. Nur die Farbe ist ein anderer geworden. Aus hässlichem Braun, glaube ich, war es. Äh, sind wir zu einem, ähm, nicht ganz so hässlichen Lila gekommen. Okay, relativ hässlich, aber egal. Und, ja, warum ist es immer noch eine gerade Linie? Naja, der Main-Pi-Patch-Branch, ähm, hat keine Konflikte mit irgendwas. Der hat einfach nur ein paar Sachen geändert, die eigentlich mit dem Origin, mit dem Master ganz gut kompatibel wären. Was wir jetzt allerdings machen ist, wir checken wieder den Master-Branch aus. Und dadurch wird es so richtig schön Mindfuck, ähm, Branches. Und, ja, wir haben jetzt hier den Main-Pi-Patch-Branch auch noch, auf dem wir gerade arbeiten. Deswegen dieses kleine gelbe Ding da. Wenn ich drüber fahre, geht es leider nicht. Deswegen, äh, hier dieses kleine gelbe Markerzeichen. Das ist leider sehr, sehr klein dargestellt. Ich kann es nicht größer machen. Und der Master-Branch, auf dem arbeiten wir gerade nicht. Das wollen wir jetzt aber ändern hier. Und deswegen sagen wir hier Master Checkout. Wir können auch den Master-Branch deleten, würde ich euch niemals empfehlen. Unbenennen, merchen, Checkout können wir machen. Also Checkout mit Rebase, Checkout als New Branch können wir machen. Dann wird ein neuer Branch erstellt, basierend auf dem Master-Branch. Wir können ihn einfach nur checkouten und wir können ihn vergleichen. Und das ist eigentlich auch... Hier die Files. Und das ist das hier. Dann vergleichen wir sozusagen den Master-Branch, also den lokalen Master-Branch, das ist der hier, mit unserer Base-Version, also mit der, ähm, mit dem Main-Pi-Patch-Branch. Ich hätte den anders nennen sollen. Das ist furchtbar. Vergleichen können wir das einfach hier. Dann sehen wir, was sich geändert hat und so. Das ist ganz cool. Genau. Aber was wir machen wollten, ist, wir wollen das Ganze, ups, ähm, wir wollen den Master-Branch wieder auschecken. Und das machen wir hier einfach über Checkout. So. Und jetzt haben wir wieder die alte Version. Jetzt arbeiten wir hier drauf weiter. Achtet auch, dass hier jetzt wieder dieses Head-Symbol zu finden ist. Und hier oben diese Zeile ist natürlich jetzt weg. Gut. Was wir jetzt machen, ist, wir machen einen Print. Hi. So. Und jetzt haben wir ein Problem, weil die beiden Änderungen, die sind natürlich nicht mehr kompatibel miteinander. Okay. Jetzt können wir hier Folgendes machen. Wir committen das Ganze erstmal wieder. Ähm, genau. Edit MainPie ist ganz gut. Commit. Und wir sehen, jetzt hat sich's geändert. Wir arbeiten übrigens immer noch hier auf dem Master-Branch. Jetzt haben wir drei verschiedene Zustände. Einmal den Origin-Master, das ist das, was online ist. Einmal den MainPie-Patch-Branch, das ist das, was hier drüben in einer Sackgasse mehr oder weniger geendet ist. Und einmal den Master-Branch. Und jetzt wollen wir die natürlich eventuell wieder zusammenkriegen. Und dazu müssen wir merchen. Ähm, das bedeutet, wir müssen jetzt hier irgendwie diese Änderung vom MainPie-Patch-Branch und vom Master-Branch zusammenkriegen. Das kann zum Beispiel sein, jemand hat im MainPie-Patch-Branch eine Funktion geschrieben. Also das, was ich hier mache, ist natürlich sehr, sehr vereinfacht. Aber, zum Beispiel, jemand hat im MainPie-Patch-Branch eine Funktion geschrieben, die wir dringend brauchen, aber im Master-Branch oder in irgendeinem anderen Branch, die kann man dann auch merchen, ähm, hat irgendjemand anders wieder weitergearbeitet. Und so können eben mehrere Leute unabhängig voneinander weiterarbeiten. Das ist ziemlich praktisch. Wird normalerweise mit mehreren Dateien gemacht, aber man kann natürlich auch aus Versehen oder mit Absicht auf derselben Datei arbeiten. Das geht. So. So, ähm, und wir sehen eben hier durch dieses kleine Zickzack, was zu was gehört. Okay. Jetzt machen wir doch mal Folgendes. Wir wollen hier diesen MainPie-Patch-Branch irgendwie verarbeiten. Branch, MainPie-Patch-Branch. Ach so, das ist jetzt, äh, schlecht, weil ihr das nicht mehr sehen könnt. Ähm, Moment. Wie mache ich das? So. Die Probleme habt ihr natürlich nicht, ähm, aber ich muss hier natürlich einen kleinen Teil abschneiden. Okay, der Branch, MainPie-Patch-Branch, der soll jetzt gemerged werden. Okay. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, ähm, was genau behalten wir eigentlich? Das ist nämlich MainPie-Patch und das ist hier der Head. Gut. Jetzt können wir hier entweder Merge machen oder wir können Accept Yours oder Accept Theirs machen. Theirs bedeutet, wir schmeißen alles, was wir hatten, weg. Also in unserem aktuellen Head. Das heißt, es wird nur der andere Branch akzeptiert und Accept Yours schmeißt alle anderen Änderungen weg. Wir wollen aber hier merchen. Ja, so. Das ist alles zu groß. Und, ähm, sagen hier, okay, das ist das, was wir auf jeden Fall gleich haben. Das kann auf jeden Fall drin bleiben. Und jetzt sehen wir hier diese, ähm, Lachsfarbenen Änderungen hier. Die sind natürlich jetzt, ähm, einmal hier vorhanden. Das ist einmal nur lokal. Und einmal haben wir hier die andere Version, ähm, das ist auch nicht drin. So, jetzt können wir das so machen. Und so machen zum Beispiel. Und dann haben wir eigentlich alle Konflikte gelöst. Wir können aber auch hier zum Beispiel sagen, wir nehmen nur das hier. Oder wir können auch hier nur sagen, wir machen die Reihenfolge anders oder wir machen hier noch irgendwas anderes rein. Also im Endeffekt können wir hier drin tatsächlich coden, mehr oder weniger. Ähm, natürlich sollte man schauen, dass man irgendwie diese Konflikte aufgehoben bekommt. Und ja, dann machen wir hier einfach ein Apply. Und, ähm, jetzt haben wir, Sekunde. Jetzt haben wir hier das geschafft, dass wir den Merch hingekriegt haben. Sprich, wir haben hier aus dem Branch hier, dem MainPiPatchBranch, den haben wir hier, man sieht über diese lila Linie, haben wir wieder zu unserem Master, der in grün dargestellt ist, zusammengemerged. Perfekt. Und jetzt können wir das tatsächlich auch wieder pushen. Der MainPiPatchBranch ist hier im Endeffekt nicht mehr vorhanden. Ähm, das heißt, wir committen das Ganze. Ähm, beziehungsweise, nein, halt committed ist es schon, weil wir hier gemercht haben. Das heißt, wir gehen hier auf Version Control System, Git. Und dann gehen wir hier nur auf Push, weil committed ist es ja schon, also müssen wir nur noch pushen. und wir können einfach alle drei Änderungen hochpushen auf unser Online Repository und, ähm, gehen wir hier auf Push und dann fragt es mich natürlich nach dem Passwort. So, und wir haben alles geändert. Und wenn wir jetzt online gehen, dann sehen wir hier auch, ähm, dass hier Merch, Branch, MainPiPatch als letztes verändert wurde. So, jetzt möchte ich euch noch ganz kurz ein bisschen was zu mehr oder weniger entlassen. Und zwar sehen wir hier jetzt 15 Commits. Wir, also, wenn wir hier auf Code gehen, können wir hier diese 15 Commits und den einen Branch anklicken, wenn wir wollen. Das ist aber aktuell nur der Master Branch. Ähm, wir können aber alle Branches aufmachen. Oder Stale, oder Active, oder Yours, oder Overview. Da sind dann eben alle dabei, aber wie gesagt, es ist ja gerade nur einer, deswegen ist es nicht wirklich spannend, weil wir den, ähm, MainPiPatch-Branch, den hatten wir nur lokal. Den haben wir nicht hochgeladen oder sowas. Das ist alles nur lokal gewesen bei uns. Und hier können wir tatsächlich auch noch den Branch wechseln, wenn wir das wollen. Und hier können wir alle Commits angucken. Und das finde ich übrigens eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, ähm, Merch, MainPiPatch-Branch mache und dann hier auf die, ähm, auf das Repository zu genau diesem Zeitpunkt gehen möchte. Okay, das ist jetzt natürlich Sinnfrei, weil es das Neueste ist. Ähm, sagen wir, wir gehen hier zu genau diesem Zeitpunkt hin. Dann können wir hier zum Beispiel die MainPi aufmachen und dann sehen wir, Hello World, Hello There. Ja, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Das war nur was, was ich gemacht hatte. Für ein anderes Video, was ich nicht, äh, mochte. Und, ähm, deswegen, ja, man kann sozusagen das Repository immer zu jedem Zeitpunkt angucken. Man kann es sich auch zu jedem Zeitpunkt runterladen oder klonen. Funktioniert alles ohne Probleme. Man kann sogar, ähm, die Unterschiede sich angucken. Ähm, Indem ich zum Beispiel hier vorne einfach auf irgendeine, ähm, dieser Dinger draufklicke. Wo waren wir? Ich glaube ich hier, das hier war es, ne? Dann sehen wir hier eben, Print High wurde gelöscht. Das ist in Rot. Und Print Hello World und Hello There wurde eingefügt, deswegen in Grün. Also hier sehen wir immer die Änderungen für jeden einzelnen Commit. Und das ist schon ziemlich praktisch. Gut. Und, ja, das war es auch eigentlich schon wieder zu diesem Video, wie ihr mit Branches lokal arbeitet mit einer IDE. Ähm, das heißt mit einer dieser JetBrains-IDEs. Ich weiß, das ist sehr speziell, aber ich denke, da wir das Ganze sowieso meistens mit Python machen oder ich sowieso eigentlich in den meisten Videos die JetBrains-IDEs benutze, ähm, ist das am sinnvollsten, wenn ich es damit erkläre. Gut. Geht natürlich mit normalerweise allen IDEs. Sieht halt ein bisschen anders aus, aber ich glaube, es ist ähnlich. Okay, wundervoll. Dann war's das von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.